Es ist Fußball, es passiert und ich muss weitergehen. Ein hässliches Raub, ein böser Kick, er sah nicht rot, das nennt man Spieler-Glück. Zufall oder Rache, das tut ja nichts zur Sache, andere Länder, andere Sitten streiten, zwei, frotz den Dritten. Peng, Peng, Boateng, 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 Peng, Boateng. Die Gebrüder Boateng fliegen lässig zur WM, Balak bleibt zu Hause immer nah am Geschehen dran, so wie die Nummer 13 zum 13. Mann. Ja, zum 13. Mann. Peng, Peng, Boateng, Boateng, Peng, Boateng, Peng, Boateng, Peng, Boateng. Peng, Peng, Boateng, Boateng, Ben,직 Boateng, Ben, Buateng, Ben, Boateng, Peng, Boateng. Der Bruder Jerome im deutschen Rhein schießt ganz passabel ein Grund zu verzeihen. Vergessen, vergessen, vergessen sind die Schmerzen, das Löwenruten spielt mit dem Ballerkerzen. Peng, Peng, Wurrten, 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 Peng, Wurrten. Spieler mit der 13 sollten Peng nicht reizen. Peng. Bei Ballack macht es Knack, das ging uns auf den Sack und hatte einen ganz, ganz bitteren Beigeschack. Jetzt macht es nur ein Peng bei den anderen im Kasten durch die Reihen, unsere Jungs geht Knack, das geht dem Gegner auf den Sack und für uns hat das einen ganz süßen Beigeschack. Beigeschack. Peng, Wurrten, 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 Peng. Peng, Peng, Wurrten, 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 Peng,